Willkommen zurück bei Meryl Solid 5, der Phantomschmerz. Und wir wollten Natschub anfordern, glaube ich. Und den N-C an hier aufnehmen. Da gibt es nicht. Da gibt es. Was ist denn da? Aber mein Name. Stab, Stab, das ist der Kaffee. Wir haben eine Feuerwehr. Wir haben eine Feuerwehr vorbeigeht. Wir haben den gegen den Arschlussetz. Das ist der Kaffee. Das ist der Kaffee. Wir können die ... Stab, das ist der Kaffee. sehr gut habe ich 21 oh okay hier sind Bären also die Bären nicht die Bären ich will dich haben also ob ich den mitnehmen kann weiß ich nicht oder ob er mich jetzt killt Au 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 er killt mich das fing ja gut an okay okay nochmal nachschub und vor dann glaube ich sonst wird das nichts ja das war ja voll der tut mir auch ein bisschen leid ich glaube nächstes mal gehe ich den Bären aus dem Weg nicht Plätze ich wollte ihn auch nicht töten aber dass man nicht mehr versuchen kann mit dem zu wrestlen oder so wie das auch wie wie das das ist da Dann komm ich da hoch. Sieht ein bisschen steil aus. Eigentlich tut's mir ja leid. Aber der ist mir ein bisschen zu nah dran. Wo bist du denn da? Ach, jetzt haut er ab. Okay. Ich hab den Fall in den Kopf geschossen. Fuck, der Arm. Jetzt kommt er wieder näher ran. Die Map wurde aufgeteilt. Das ist ein bisschen markieren, was wir hier so haben. Keine Leute. Okay. Nur Waffen? Da ist alles. Haufen ist ungesund. Oh, sowas hätte ich gern. Oh, Vogel. Was war das? Ich dachte, ich hab gerade hier... Atmen gehört von den Bären oder so. Jetzt muss ich ruf wieder. Von hinten um rein. Oh, ich warte jetzt auf nachts. Weil der Puppe anerabringt. Kann ich am Rand vorbei. Das sieht der nicht aus. Eine Wache hier zu machen. Eine Wache hier zu machen. Aber toll wäre es, wenn ich jetzt wirklich an den so rankomme. Und der mir dann sagt, wo mein Ziel ist. Oder ich rutsche hier einfach mal runter. Ist da auch jemand? Nö. Echt komisch. Viel zu wenig los hier. Ist ja gut. Ist das eine Falle? Caution. Sandstorm approaching. Der Rud. Das ist. name ist Påuf. Oh, Alter. Sv smoother aufschraubenos tinha. Undo kommt alle drauf, und riefräkt. Narott wurde von��kabäu oder. Zuhause sagen. Das hat gemacht. Im Wind, die sagen. Der Sturm ist doch gut, dann kann ich einfach da rein spazieren. Ich denk's los. Äh, ok. Ich wollte eigentlich nur die Leiter runter. Also ein Sturm tut bestimmt weh, wenn man mit seinen Oberkarat... Ich glaub, er blieb wieder hinten rum. Da ist er lieber der Nostrum hier. Das sieht man leider nicht. Sollte der Tipp halt nur den Eindruck hier sehen. Oh, der Sonnsturm ist schon vorbei. Ziegen, da stehen da für viele Leute. Du bist da drinnen, dann können wir ja nicht von hinten durch Fenster oder durch Tür... Sind da nur zwei Leute? Kann ich die Kisten ja mitnehmen? Die Container. Ist da noch einen? Und auch noch einen. Oh. Den hätte ich gern markiert. Und mitgenommen. Analyse complete. Ok, der ist nicht allein. Analyse complete. Ich muss nicht so viele Leute aufschalten und den Einsatz kriegen. Wird schwierig. Entschuldigt? Hä? Bewegt der da nicht gerade so. Kommen. Egal. 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 Soll ich die denn irgendwie markieren? Den selber? Der Sowjet-Soldier. A lot of them came from Central Asia before, but lately they've been using more and more Russians. Simple, really. There's less hesitation to pull the trigger if they're not fighting their own race. Morbid cynicism, but it gets results. That's humanity for you. Okay. Komm schon her. Na komm. Hey. Bring ich um. Oh man. Das ist doof, wenn der jetzt da langläuft. Gut. Da sehen die anderen beiden den. Komm wieder zurück. Aha. Moment. Da are weihin SKES! Come weihin weihin. Dante. Auf ihr? Auf ihr? Auf ihr? Die beiden? Ist der wieder aufgefacht? Verdammt. Ich dachte, die sollten jetzt im Laufe schlafen durch die Muschelte. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Werde ich machen. Na, wer sieht mich da? Ach du. Ach du. Komm schon her. Wurde wieder ab? Gut. Gucken, ob ich noch so ein paar Container mitnehmen kann. Wie möglich kann ich das da jetzt? Ich meine nicht die beiden. Die können wir vielleicht auch versuchen. Wer sieht mich jetzt? Ach. Schnell, okay. Die müssen erst herkommen. Okay. 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 Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht warum. Wieso? Ich hab doch nichts gemacht. was soll ich, die da am Eingang steht. Oder die da, die mir den Kopf verdreht. Okay, von mir komme ich auch dahin. Das ist gut. Da steht auch ein Blödmann da rum. Äh, nö. Guck mal, wie ich da auch mit ihm kann. Dann gebe ich ja schon. Äh, nö. Schade. Ich würde ja gerne mitnehmen, aber irgendwie das nicht. Ich habe mir gerade die Waffe mit ihm. Guck mal, der eine da unten ist getrocknet. Mit die ganze Zeit auf jeden Fall. Auch null Prozent. Was war das? Na gut, dann. Roll ab. Guck mal, da bin ich. Und der war bei dem Bär. Na super. Da bin ich doch lieber den. Und eigentlich wollte ich noch gar nicht rufen, sondern erst da hinlaufen. Scheiße. Was hat mich schon gehört? Da bin ich ja... ... Krishna. ... ... ... ... ... Aber ich glaube, letztes Mal, als wir hier in diesem Camp waren, da haben wir den auch da geholt. Ich fühle mich richtig gut, da noch Plätze hinzureihen. Ja, ich bin noch nicht da, ich weiß. Sehr gut. Sehr gut. Ah, bleib doch hier. So. Ja, ich bin noch nicht. Ja, ich bin noch nicht da. Ja, ich bin noch nicht da. Und tschüss. Ja, ich bin noch nicht da. Ich bin noch nicht da. Das ist es. Du hast es aus der Hotzone gemacht. Ein kleiner Zeichen des Enemes. Mission complete, Boss. Entfernt! Mission complete. Ich weiß, dass wir nächstes Mal besser machen können. Jawohl, so schlimm war ich doch gar nicht, oder? So viel wurde doch gar nicht abgezogen. Komisch, die... Credits. Ocelot hat die Details von der Gespräche aus dem Kommander. Es scheint, dass du dein Job ein bisschen zu gut gemacht hast, Boss. Die Sowjets haben angefangen, um die 40e Armee zu verabschieden. Wir haben mehr Männer und neue Geräte. Während die Dinge nicht genau so einfach für uns für uns bis jetzt, werden sie sogar noch stärker werden. Mehrere Staffen von jedem Team sind jetzt aktiv in der Umgebung. Okay. Elite Soldat. Radarspezialist. Radarspezialist. So, so. Ein wilder. Ein ganz wilder. Okay. Sidops List, update. uy